Major Hochstetter will Sie sprechen. Sagen Sie dem Wichser, ich habe keine Zeit. Sie werden für den Wichser aber Zeit haben. Ach, so ein kleinen Wichser schieben wir dazwischen. Sparen Sie Ihre Niveau, sind Sprüche für Bock, Alter. Klink, einer unserer Peilwagen hat hier in der Gegend ein Funksignal von einem Sender aufgefangen. Ah, na gratuliere, was ich für einen feinen Peilwagen habe. Es geht nicht um unseren Peilwagen, Klink. Es geht um das Signal, das von hier irgendwo gekommen sein muss. Will ich den Sender auf den Lokus haben? Ich brauche alle Männer, die Sie entbehren können. Das wird wohl... Ich brauche hundert Leute. Hundert? Vielleicht brauche ich auch mehr, wenn man mir die Truppen nicht schickt, um die ich gebeten habe. Hallo? Hochstetter hier. Ja gut, stellen Sie durch. Na, Leutnant, haben Sie die Nachricht entschlüsselt? Gut. Leutnant, sprechen Sie. Augenblick mal, Herr Leutnant. Klink, das ist eine Geheimsache. Gehen Sie mal ein bisschen auf dem Hof spielen. Ihre Reifen werde ich zerstöchen. Soll ich die Tür abschließen, Major? Ja, und schließen Sie auch die Fenster, ich will nicht. Sie schon wieder? Ich bin der liebe Hogan. Angeber.